Moin Leute, hier ist Tim und endlich ist es soweit. AMD schließt die riesige Lücke in ihrem aktuellen Grafikkarten-Line-Up. Bisher hatten wir erst die RX 7900 XTX und XT, dann die RX 7600, eine Einstiegs-Grafikkarte, und dazwischen klaffte eine riesige Lücke, da hatte AMD nichts in der aktuellen Generation anzubieten. Dann kam die 7900 GRE, so für Komplett-PCs, die man aber nicht so kaufen kann, also eigentlich kein richtiger Release. Und jetzt hat AMD, beziehungsweise gestern Abend, hat AMD endlich zwei neue Grafikkarten vorgestellt, die diese riesige Lücke einigermaßen schließen, nämlich für die obere Mittelklasse bis Oberklasse die RX 7800 XT und RX 7700 XT. Und was ihr jetzt schon über diese Grafikkarten wissen müsst, das klären wir jetzt im Video. Bei vip-cdk-deals.com findest du nicht nur günstige Game-Keys, sondern auch Keys für Microsoft-Produkte wie Office oder Windows. Solltest du für deinen Gaming-PC noch einen Windows 10 oder 11 Key brauchen, dann schau am besten bei cdk-deals vorbei, denn mit meinem exklusiven Code GHD20 sparst du 30% auf deinen Einkauf. Damit kostet dich ein Windows 10 Pro Key gerade einmal 14 Euro und mit dem lässt sich sogar auch Windows 11 aktivieren oder darauf upgraden. Sicher bezahlen kannst du unter anderem mit Paypal und nach deiner Bezahlung solltest du innerhalb von 5 Minuten Zugriff auf deinen Windows Key über dein Benutzerkonto erhalten. Ich selbst habe auch schon mehrfach Keys bei cdk-deals gekauft und diese ließen sich anschließend immer ohne Probleme in den Windows-Einstellungen aktivieren. Links zu vip-cdk-deals findest du in der Videobeschreibung. Die zwei wichtigsten Dinge vorweg, wie viel werden die Grafikkarten kosten und wann sind sie verfügbar? Beide Grafikkarten, die 7800 XT und 7700 XT, werden am 6. September erscheinen, also gar nicht mehr so lange hin. Nur noch in etwa zwei Wochen, bis man die Grafikkarten kaufen kann. Und die 7800 XT wird zu einem Preis von 549 Euro auf den Markt kommen und die 7700 XT für 489 Euro. Also die Grafikkarten werden preislich ziemlich eng beieinander liegen, also sowohl unter diesen zwei neuen Grafikkarten, als auch darüber wäre eigentlich auch noch Luft für AMD, um später nochmal weitere Grafikkarten rauszubringen, um das Lineup noch ein bisschen zu vergrößern. Die beiden liegen aber preislich relativ dicht erstmal aneinander und das lässt natürlich vermuten, dass die von der Leistung auch relativ dicht beieinander liegen werden. AMD hat im Zuge der Vorstellung natürlich Benchmarks gezeigt, selbstgemachte, ausgewählte Benchmarks, die man natürlich immer etwas mit Vorsicht genießen muss. Und da wollen wir jetzt auf jeden Fall einmal drauf schauen. Bei der RX 7800 XT hat man die Grafikkarte mit der RTX 4070 verglichen und in den meisten Spielen soll die 7800 XT etwas schneller sein als eine RTX 4070. Also hier im Schnitt, wenn man jetzt Raytracing mal außen vor lässt, vielleicht so um die 10% oder knapp 10%. Wenn wir da auf mein Performance Rating mal drauf schauen, dann sehen wir, dass die Grafikkarte damit in etwa auf dem Niveau ihres Vorgängers, der RX 6800 XT, liegen dürfte. Und das ist auch das, was ich in den Gerüchten zuvor mehr oder weniger angekündigt hatte. Ich hatte da ja auch schon ein Video drüber gemacht. Die Specs der Grafikkarte haben sich auch bestätigt. Also das, was vorher geleakt wurde, dass die Grafikkarte beispielsweise mit 3840 Shade-Einheiten kommen soll und 60 Compute-Units, was im Vergleich zur 7900 XT, die 84 Compute-Units hat, schon ein krasses Downgrade ist. Das hat sich jetzt bestätigt und das zeigen auch hier die Benchmarks, dass die 7800 XT jetzt nicht so der neue Oberklasse-Hammer werden wird, der die 6800 XT war. Aber die UVP ist ja auch geringer als bei der 6800 XT. Von daher kann man das auch allein vom Preis schon so ungefähr erwarten. Das bedeutet dann letztendlich, wahrscheinlich wird die 7800 XT einfach eine bessere, effizientere 6800 XT werden, denn die Grafikkarte kommt ebenfalls mit 16 GB Grafikspeicher und wird auch preislicher ungefähr auf dem Niveau liegen, wo die 6800 XT jetzt liegt. Die günstigsten Modelle kriegt man so für 540 Euro und ungefähr da wird sich die 7800 XT auch einreihen. Ob sie die 4070 letztendlich schlagen kann dann in den unabhängigen Benchmarks, das werden wir dann sehen. Ich werde auch selbstverständlich die Grafikkarte testen, sobald sie auf dem Markt ist. Dann schauen wir auch mal bei mir, ob sie die Grafikkarte schlagen kann. Übrigens in komplett neuen Benchmarks, ich überarbeite gerade alle oder mein ganzes Benchmark-Setup sozusagen und die werden dann bereits nach meinen neuen Benchmark-Methoden getestet. Da könnt ihr also auf jeden Fall auch gespannt drauf sein. Eine RTX 4070, der Konkurrent von NVIDIA, kostet ja knapp 600 Euro aktuell noch. Also da platziert sich AMD etwas drunter. Müssen wir dann schauen, wie die Benchmarks letztendlich aussehen. Aber bei den aktuellen Preisen sieht das erstmal nach einer realistischen Preisvorstellung von AMD aus. Dann schauen wir als nächstes auf die RX 7700 XT, die ja gerade mal für 60 Euro weniger auf dem Markt kommt, nämlich für 489 Euro. Die Grafikkarte kommt mit 54 Compute Units, also gar nicht so viel weniger, gerade mal 10% weniger als bei der 7800 XT mit 60 Compute Units. Und beispielsweise 3456 Shader-Einheiten. Ich will jetzt nicht die ganzen Specs durchgehen, ihr könnt euch das hier im Video sonst anschauen, wenn euch die nochmal genauer interessieren. Letztendlich kommt es ja darauf an, was kommt am Ende dabei raus bei den Spezifikationen in Games. Also wie viel FPS schaffe ich denn mit der Grafikkarte? Denn das ist das, was mich letztendlich interessiert. Und da sagt AMD, dass man den Konkurrenten, den AMD sich jetzt selbst ausgewählt hat für diese Grafikkarte, die 4060 Ti, eigentlich in jedem Spiel deutlich schlägt. Und zwar noch deutlicher, als es beim Vergleich der 4070 und RX 7800 XT der Fall war. Also der Leistungszuwachs im Vergleich zur 4060 Ti liegt hier im Schnitt bei ungefähr 20 oder knapp 20%, wenn man Raytracing erstmal auch wieder außen vor lässt. Verglichen allerdings auch mit der 4060 Ti 16 GB. Aber wir wissen ja, von der reinen Gaming-Performance ist die 4060 Ti 16 GB quasi identisch mit der 8 GB Variante. Nur in seltenen Fällen misst man da tatsächlich relevante Unterschiede. Für mein Performance-Rating würde das bedeuten, dass die Grafikkarte vermutlich irgendwo im Bereich der RX 6800 landen wird. Und das passt letztendlich auch insgesamt ins Bild. Auch die 6800 und 6800 XT lagen ja preislich relativ dicht beieinander damals, als AMD die rausgebracht hat. Und die 7700 XT und 7800 XT werden jetzt quasi die Nachfolger dieser Grafikkarten. Wobei man bei der 7700 XT auf etwas Grafikspeicher verzichten muss. Die kommen nämlich nur mit 12 GB Grafikspeicher. Sollte aber in diesem Leistungssegment immer noch mehr als ausreichend sein. Also da sehe ich tatsächlich keine Probleme. Damit dürfte die 7700 XT vor allem aus meiner Sicht eine ziemlich interessante Option werden, wenn man halt eine Grafikkarte oder eine solide Grafikkarte für nicht zu viel Geld haben möchte. Aber wir müssen natürlich schauen dann im Test, wie sich die Grafikkarte letztendlich schlagen wird. Aber grundsätzlich erstmal nicht schlecht, was AMD da vorgestellt hat. Ich hatte eigentlich gehofft, dass vor allem die 7700 XT noch etwas günstiger werden würde. Vor allem, wenn man sie als Konkurrent zur 4060 Ti platzieren möchte. Klar, hier vergleicht man jetzt mit der 16 GB Variante, aber die ist sowieso maximal überteuert. Aber eine 7700 XT vielleicht für 449 Euro. Das wäre schon nochmal eine deutlich bessere Ansage an Nvidia vor allem gewesen. Aber wir schauen mal, wie die Grafikkarten performen. Wie gesagt, ich werde beide testen. Am 6. September ist es soweit. Da werden die beiden Grafikkarten released. Und dann werde ich auch so schnell wie möglich, mal schauen, vielleicht direkt zu Release sogar oder in den Tagen danach die Grafikkarten bei mir auf dem Channel testen. AMD hat im Zuge dessen übrigens auch FSR 3 angekündigt. Auch das wird dann nochmal interessant werden, was AMD da für Fortschritte bei ihrer Upscaling-Technologie bzw. beim DLSS-Konkurrenten sozusagen erzielt hat. Auch das wird nochmal spannend. Das werden wir uns dann hoffentlich auch zeitnah in Tests anschauen können. Aber auf jeden Fall erstmal die gute Nachricht sozusagen, wer auf der Suche nach Mittelklasse bis Oberklasse Grafikkarten ist. Da kommen jetzt zwei neue Optionen auf den Markt. Und man ist jetzt nicht mehr gezwungen, wenn man im Preisbereich von 500 bis 600 Euro eine Grafikkarte kaufen möchte, dass man zwingend vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf ein Modell der Vorgänger-Generation angewiesen ist. Denn bisher war ja immer noch die 6800 XT preis-leistungsmäßig eine sehr gute Wahl. Jetzt sieht es aber danach aus, als könnte man ohne Probleme ab dem 6. September auf die 7800 XT umsteigen. Hat eigentlich keine Trade-Offs, wenn sich die Benchmarks so bestätigen, wie AMD sie vorgestellt hat. Im Prinzip hätte man dann eigentlich nur Vorteile, nämlich beispielsweise die bessere Effizienz. Denn die Grafikkarten werden definitiv etwas weniger Strom verbrauchen als die Vorgänger. Denn die Leistungsaufnahme, die AMD angibt, hat sich von der 6800 XT hin zur 7800 XT von 300 Watt auf 263 Watt reduziert. Und bei der 7700 XT ist es ein bisschen schwierig, womit man die vergleichen sollte. Die RX 6800 war mit 250 Watt angegeben. Da ist der Unterschied jetzt eigentlich quasi nicht vorhanden, denn die 7700 XT soll mit 245 Watt auskommen. Also da gäbe es auf dem Papier tatsächlich keinen wirklichen Vorteil. Müssen wir aber mal abwarten, wenn ich die Grafikkarte dann auch messe. Also ich denke schon, dass man auch da einen leichten Effizienzvorteil bei der neuen Grafikkarte haben wird. Aber wir bleiben gespannt, wir schauen uns an. Lange müssen wir ja nicht mehr warten. Wie gesagt, 6. September. Und ja, hast du noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu der Vorstellung oder Ankündigung dieser neuen Grafikkarten? Dann schreib es gerne in die Kommentare. Ja, und ansonsten war es jetzt von mir. Ich bin raus. Haut rein.